Hey Leute, willkommen zurück zu SWAT Art Online Fatal Bullet. Ja, wir haben jetzt eine ganze Weile Pause gemacht. Letzte Aufnahme ist ja schon lange lang. Ist auch eine ganze Weile her. Für mich ist jetzt heute Ostermontag. Vorher kommt er glaube ich erst morgen am Dienstag raus. Ja, ich glaube schon irgendwie so... Ich habe gerade mal geguckt, was wir zuletzt gemacht hatten. Wir waren... Nee, sogar falsch. Wir haben selbst eingebunden. In die vergessenen Wälder und ins Waldrand drinnen. Da mussten wir einen zweiten Schalter finden. War richtig? Ich glaube schon. Gut. Andere Dinge. Einige ist vielleicht aufgefallen, aber so am Kanal kommt gerade nicht so viel. Wir liegen daran, weil alle arbeiten. Oh, vielleicht werden wir greifen. So, ja, wir haben nur irgendwie daran gewöhnen, wenn man eine Pause hat. Jetzt ist ein anderes Thema. Das liegt daran, dass alle arbeiten. Gerade. Viel arbeiten. Überstunden machen, um und um. Und deswegen kommt gerade so wenig. Wir brauchen, dass sich auch bald wieder ändern. Aber bis dahin. Das A-O kommt auf jeden Fall. Für ein zweites Projekt habe ich einfach keine Zeit. So. Ist das halt momentan. Ob man sich das wieder ändert. Nein, nicht direkt in. Ah, Mitte. So. Dass sich das bald ändert und wir wieder mehr Zeit haben. Auch Streams im Urlaub momentan keine. Weil einfach keine nicht zusammenkommen. Fast vor der Zeit einfach nicht bei beiden. Oder bei allen dreien. So, wo müssen wir denn lang? Daher haben wir letztes Mal so lange gesucht und nicht gefunden. Na egal, wie finden wir ihn heute. Warum fällt der denn? Boah, ist doch laut, oder? So, was machen wir denn jetzt? Äh, so. Doch, nicht mehr. Nicht mehr Schaden, ne? Kaputt. Oh, gut. Vielleicht ist er auch. Auch sehr gut. So weit warm war aber schon. Ich hatte leider keine Zeit, mich zu informieren. Ehrlich nicht. Also, die Wustertage, die ich jetzt... Ich konnte ja vorher schon nicht aufnehmen. Boah, ich hatte nie Zeit. Das ist echt übel in letzter Zeit. Ja, wir hoffen, dass ich das bald wieder erinnere. Ja, nein, ja. Das ist echt übel in letzter Zeit. Oh, boah. Wie kaputt. Danke schön. Der ist ja kommlich. Wo bist du denn da? Reichweite ist halt nicht, wer macht denn das Ding da oben? Ooh, wow Dein doing, ne? Nein, nein, nein! Ne, nein, 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 nein! Es ist bloß auch schon weh! Trainsgerbox. Steinasan. Tut mir leid. Jaba, dabe. Oh! Oh! Nein, 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 nein. Au! so schlecht aber wie schlecht ich gerade eine woche baule hatte das war keine bombe das war ein teleport wie soll man denn darauf kommen jetzt ja sehr gut voll daneben 7400 das war mal ein ordentlicher crit drehe ich um so genau sind wir denn jetzt ach guck mal der zweite schalter so aber wo sind wir hier sind wir ok haben wir doch eben na gut gut hat es sich ja gelohnt in der falle zu toppen ich habe mich ja gerade jetzt geht es ab er wollte mich ja gerade rüber schwingen und da hat es mich erwischt gut ja wie soll man ohne hinweis darauf kommen dass diese plattform da ein teleporter ist ansonsten gehe ich doch immer aus bodeneffekten raus naja gut haben wir ein neues gelernt ja endlich kommen wir weiter können wir testweise jetzt die bodeneffekte mal mitnehmen kommt ihr die zwei fallen dauert runter teleport zum boss rauben wahrscheinlich aber bitte gut dass endlich weitergehen ich habe schon angst ich muss jetzt noch mal ganze folgen hier suchen aber da habe ich dass der einen Ort ein teleporter ist wäre ich nie gekommen darauf wäre ich nie gekommen niemals hier fähig wir müssen nochmal porten dann müsst ihr eh wieder buchen boah das ist nochmal so eine kaputte säule da auch naja mal so ein bisschen womit wir es zu tun kriegen äh äh hallo was da der menschenjäger ein schwachpunkt soll doch der kopf ein bisschen zu müssen das ist das genau wir helfen aber hat es nicht einfach drauf halten wir haben aber haben wir gesagt es kann Hä? Was ist jetzt hier offen? Wow Ah, wir haben jetzt gar nicht gerechnet, dass da so eine Feuerkugel an der Klo kommt Oh 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 Ich habe den D.Prenten schon mal weg. Ich habe den D.Prenten. Und schon. Haha. Haha. Er. Tickte voll aus hier. Ja. Ich bin sehr. 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 Wieso? Ich bin sehr. Ich bin sehr. Ich bin sehr. Das ist geil. Sie Formula sunset. Wenn das fliehen will, dann Herr liberiert hat mich vermily. Ich kann nicht die Berg трYken. Alles klar. Nïaformal der gesagt, wirklich gut nachמשig. Richtig. Haha, wie gut? Ich bin zu schwer. Ich hab zu viel Kram. Gantt noch nicht. Au, au. Oh, hier muss ich die Lequenten loswerden. Oh man, ich kann mich wirklich nicht mehr bewegen. Ich glaube, ich bin doch überladen. Oh man, ich bin doch nicht mehr bewegen. Das ist so... Ballade ist das. Ich glaube, es ist eine große Herausforderung. Ich verstehe. Wenn ich mich nicht mehr überrascht, dann kann ich mich nicht mehr überrascht. Ich denke, dass ich mich nicht mehr überrascht habe. Aber ich denke, dass die Tür auf dem Weg ist, dass ich mich nicht mehr überrascht. Ich denke, dass ich mich nicht mehr überrascht habe. Ich sage es, was ich verstehen? Wissen wird es wirklich gut auswählen. Ich weiß, dass ich mich zu wenigstenschein bin. Aber ich werde es bereit sein, um mich zu vorbereiten. Master, ich werde es sicherlich vorbereitet. Ich werde es auch bereit sein. Ich werde es um ein paar Handeln zu tun. Okay, ich sage es zu machen. Okay, ich sage es zu machen. Ich sage es, ich sage es zu machen. Wo sind wir in den Land gekommen? Dass hier einmal im Kreis oder ist? Rennen geht aber laufen nicht. Was war denn das jetzt? Was hast du? Ah. Ne, wenn es eh nur raus geht, dann will ich kurz nach Hause. So, dann kann ich die Gegenstände begutachten lassen. Aha. Boom. Ok, wieder gelevelt. Sehr gut, passt 60. Was, Stufe 60 erreicht? Ja, ich meine gute Idee. So, jetzt bin ich ja. Oh, dann habe ich schon viel gefunden. Eine Maske. Genau. Okay. 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 Da hab ich noch eins bequem. Hoi. Wenn man nicht alle auf einmal beru achten kann. Dankeschön. So, die habe ich ausgerüstet. Die können alle weg. Ich brauche auch Scharen. Ach man. Vielleicht haben wir jetzt hier mal was Neues. Kann er nicht tragen. Keine Augenklappe ausgerüstet? Ne. Die habe ich ausgerüstet. Die Bügelhörer und das Glas-Display. Maximal-IP. Schaden und Überfühle stehen abwegigen Milchs. Neut verkaufen, sonst habe ich keinen Platz mehr hier. Was ist das? Oh! Du bist jetzt ein Fan-Ton. Ich bin jetzt ein Fan-Ton. Jetzt habe ich die Spimer. Ja, da muss ich wieder einen Platz haben. Ja, ein bisschen was passt wieder. Das ist doch schon mal gut. Die Hauptaufgabe? Wir haben keine. Ah, jetzt gibt es wieder Gespräche. Okay, dann wird wieder Gesprächszeit. Wuhu!